Hi Freunde und wir kommen jetzt zu der Quäckersternfontäne von Funke. Auch hier wieder haben wir eine NEM von 100 Gramm. Fünf stücke in der Packung, wie auch bei der letzten Fontäne, die wir getestet haben. Hersteller aus Funke, wie gesagt, F2, zu bekommen im Fünferpaket für 15 Euro. So sieht das Paket aus. Ein schöner, schöner, alter Karton, sozusagen. Ja, reite ich jetzt richtig rum. Wie gesagt, Kaliber 30 mm und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich draußen zur Zündung. Wir testen mal einen von diesen wunderschönen Fontänen. Bis gleich. So, hier ist wie versprochen die Quäckersternfontäne im Fünfer. Auch gleich wieder zwei Stück. Schöne hier. Schöne hier. Schöne hier. Schöne hier. Das war's. Das war's.